Das Wetter ist schön. Die Leute möchten gerne grillen. Es ist Grillwetter angesagt. Das bedeutet für uns hier in der Klinik, wir haben ein vermehrtes Aufkommen an Patienten, die sich am Grill verbrennen. Mein Name ist Mehmet Altintas. Ich bin Facharzt für klassische, ästhetische Chirurgie. Das beinhaltet auch die Verbrennungschirurgie. Wir haben hier ein Zentrum für Schwerbrandverletzte Patienten. Somit gehören wir zu den wenigen Häusern, die neben der klassischen Chirurgie auch eine Einheit für Verbrennungsintensivstationen schwer verbrannter Patienten behandeln kann. Zum Glück ist es so, dass nicht jede Verbrennung schwer brandverletztenmäßig versorgt werden muss auf der Intensivstation. Viele Verbrennungen, wie Sie sagen, an der Hand können ambulant oder auch stationär behandelt werden. Die Deutsche Gesellschaft für Verbrennungsmedizin hat auch Zahlen veröffentlicht. Das sind so mehr als 4000 Grillopfer, die stationär behandelt werden, wobei die Dunkelziffer sicherlich auch deutlich höher anzusetzen ist. Aber man muss sagen, von den 4000 kommen noch zusätzlich die 400 Patienten, die dann halt auf der Intensivstation intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Und saisonal sind wir quasi in der Saison, wo es viele Grillopfer, Grillbrandverletzteopfer gibt. Am Wochenende häufen sich die Zahlen, dann kommen auch mehrere am Tag. Man darf das nicht unterschätzen. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass nach so einem Grillunfall 50% und mehr der Körperoberfläche verbrannt sind. Das ist nicht nur immer der verbrannte Finger. Ich kann Ihnen auch sagen, alle, die wir hier behandeln, die leider Gottes, bei denen es zu spät ist, die im Nachgang sagen, das hätten sie sich im Leben nicht erträumt, dass so ein unbedachter Griff zum Brennspiritus beim Anzüge des Grills so schwerwiegende Konsequenzen hat. Amen. Amen.